Ich nehm's jetzt einfach auf. Dieser Spieler hat seine Statistiken verborgen. Wie klar war das? Digga, dieser Typ ist immer noch ein Autist, ne? Digga, das hat der jetzt nicht wirklich gefragt, oder? Ich hab das hier auf Aufnahme, wo Johannes mich eingeladen hat. Das Video kennt. Ähm, er hat einfach mal einen lachenden Smiley drunter kommentiert. Achso, und übrigens, ich will nicht sagen, dass ich der im Bett habe, aber ich hab vielleicht der im Bett. Ich möchte aber Stefan killen. Weil wir wissen, dass man mit einem Bogen viel drehen kann. Wer ist denn hier die Counter-Strikes fahren, die wir dem Ali beigebracht haben? Da die Grünen nicht wirklich was machen. Der Grüne war gerade in der Mitte, können wir nochmal über nicht wirklich was machen reden? Achtung, Blau. Ihr habt Stefan. Oh mein Gott. Frage ich ihn, was lustig, was so lustig ist? Ja, nix. Hört ihr ihn doch einfach. Ja, ich hab gerade kurz unser Bett sicherheitshalber eingebaut. Digga, ich war gerade retarded. Okay, wir haben kein Matt mehr, Tim. Ähm, 0,57 und 0,05 war Kade. Brabier. Ich bin mal ganz kurz in der Sekunde auf K. Die Runde geht gerade mal vier Minuten. Das könnte absolute Quick-Runde sein. Alter, ich würde es sehen müssen, wie ich den gerade gespammt habe. Uh, nice. Ja gut, der Typ. Spam ihn einfach so in seinen Leben. Schau mal in den Chat, wir sind lustig. Ich wollte schon immer lustig sein. Wolltest du auch schon immer lustig sein? Ja, mir reicht's, dass ich Stefan gefickt hab. Okay, Tim, ich hab jetzt mal eine Frage. Was wird das, wenn es fertig ist? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich mach's einfach. Ganz kurz, die Runde ging jetzt vier Minuten und du versuchst seit drei Minuten hier nach oben zu kommen. Das sieht super nice aus, oder? LOL. Vergewaltige mich das mal bitte nicht. Gehen wir ein bisschen weiter nach Seite. Ein bisschen weiter noch nach Seite. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne Like, Kommi, Abo etc. Schaut gerne auf meinem Twitch, YouTube, Twitter, etc. YouTube, genau nicht. Ja, denken ist nix. YouTube vorbei. Dann schaut auf meinem Twitch vorbei, Instagram, Twitter, etc. Lass ich mal aus meinem Gesicht rausstellen. Ja, also, Stefan, wenn du es siehst, kannst du mir auch mal 2k boten oder sowas. Auf entspannt. Vielleicht werde ich dann genauso schlecht, wie du in Bedwurst. Ease for Ends. Der hat nicht mal eine Ahnung, was Ease for Ends heißt, aber Ease for Ends. Bis dahin, ciao. Eine Minute, 37 Sekunden später. Darfst auch noch Tschüss sagen, wenn du willst.